Entdecke Incel und die Region mit deiner Incel-App. Finde die schönsten Touren, informiere dich über dein Lieblingslokal und sei immer aktuell informiert. Du kannst dir vorausgewählte Touren und Tipps anschauen oder selbst suchen. Gehe dafür im Hauptmenü auf die jeweilige Kategorie. Dann landest du auf einer Karte, wo dir verschiedene Vorschläge angezeigt werden. Über unsere Filterfunktion oberhalb der Karte kannst du dann noch bestimmte Kriterien auswählen. Klicke dafür einfach auf das jeweilige Feld, schon wird die Suche für dich verfeinert. Wenn es dir lieber ist, kannst du übrigens auch auf eine Listenansicht wechseln. Hast du dich für etwas entschieden, findest du zahlreiche Infos rund um dein Ziel. Bilder, GPS-Daten, Öffnungszeiten. Sogar ein 3D-Flug oder Peakfinder sind möglich. Du kannst dich informieren, wie du dort hinkommst und findest Kontaktdaten. Außerdem kannst du dir in der App direkt und bequem eine passende Unterkunft für deinen nächsten Urlaub suchen. Oder ein Lokal fürs Abendessen, den nächsten Bäcker oder Vorschläge für deinen Ausflug. In unserer App wirst du fündig. Du kannst dich auch registrieren und anmelden. In deinem persönlichen Bereich kannst du dir dann deine Lieblingsorte und Ziele merken. Außerdem kannst du hier Sammlungen erstellen und sehen, was du dir zuletzt angeschaut hast. Leg gleich los und entdecke Incel. Mit deiner Incel-App. Jetzt im App Store kostenlos.